Die Brill ist weg, nur die hast doch drin, deine Haare. Nein, ich weiß halt nicht mehr, wo sie war. Treuen lädt zum Hutzen ein. Bereits zum zwölften Mal trieb es die Treuener und ihre Gäste vergangenen Samstag in die Innenstadt. Hier hatten die Organisatoren des Hutzentages ein Bundesprogramm auf die Beine gestellt, das entweder nur zum Genießen, aber auch zum Mitmachen einlud. Wir freuen uns sehr, dass das Prinzip funktioniert. Man würde das auch bei guten Freunden so machen, einfach vorbeikommen, Spaß haben, was leckeres essen, ein schönes Spiel machen. Und das hat jetzt zum zwölften Mal in Treuen wirklich gut funktioniert und wir sind sehr fröhlich, dass wir das im nächsten Jahr wieder angehen können. Guck mal hin, du, jetzt kann man auch noch was fahren sehen. Wem der Trubel auf dem Marktplatz oder in den Nebenstraßen zu viel wurde, der konnte auf den Turm des 100 Jahre alten Rathauses fliehen und das Treiben aus luftiger Höhe betrachten. Der Hutzentag wird von vielen fleißigen Treuenern organisiert, unter anderem vom Gewerbeverein und der Stadtverwaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017